Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Ja, bin wieder voll gut drauf. Wir basteln hier gerade an unserem kleinen Projekt rum. Wieso baue ich dich eigentlich nochmal? Ach, scheiß drauf. Das wird die Wein-Seite. Jetzt sagen wir es so, wir bauen jetzt hier eine Straße und das ist die Wein-Seite. Weil ich will jetzt hier jetzt die Essensinsel betrachten. So, Essen. Und jetzt kommt hier drüben das Fleisch hin. Das Fleisch braucht ja extrem viel Platz. Jetzt machen wir das mal so. Und schauen wir, wie gut das ausschaut, wenn ich jetzt hier ländliche Produktion hinbauen kann. Okay. Und ich würde sagen, dann tun wir nicht immer da vorne so ein bisschen die andere Produktion hinbauen. So. So. Ich hoffe, das geht sich aus. Nee, das geht sich nicht so ganz wirklich aus. So. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenig Euro im Plan. Wat? Und zu wenig Ne... Achso. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, chill mal. Wie soll ich denn das alles gleichzeitig handeln? Erstmal brauchen wir hier ein Logistikzentrum. Hier. So. Energiemangel? Dein fucking Ernst? So. Passt. Und du kriegst auch noch... Fickt euch mit eurem Energiemangel. So. Energiemangel fuck mal erst hier. Ähm. Wir können die Straße mal so um eins nach vorne sitzen hier. Ja. So. Macht ihr mal nicht auch, ne? Also da ist ja kein Problem. Jetzt kann ich dann hier und könnte das Ding da ganz hinten am Ende... ...nach vorne verschieben. So. Und kann dann hier... Äh... Administrativ Sojabohnen. Wie soll ich das heimpflanzen? Passt der natürlich auch wieder nirgends rein? Naja. So. Plus 10. Und jetzt brauchen wir nur noch Biokost. Jetzt pflanzen wir mal hier unten hin. Oder hier gleich hin. Jetzt besinnen wir mit plus 25. Wie schaut's allgemein aus? Positiv, positiv, positiv. Negativ. Okay. Dann gehen wir wieder auf unsere Produktionsinsel. Und kümmern wir uns mal drum. Was fehlt an der Produktion hier? Wir fehlen die Dinger da. Och, ne. Jetzt muss ich eine Mission machen, wo ich die Scheiße kriege oder was? Och, leckt mich doch. Entschuldigung. Ähm. Okay. Bedeutet, wir müssen jetzt eine Mission machen. Aber wir werden jetzt... Ähm. Wir haben letztendlich ein Schiff nach hinten gefahren. Das können wir jetzt noch schnell machen. So. Wir müssen wahrscheinlich die Steine wieder auf... suchen, oder? koordinaten bestätigt ach so ich muss die dinge einsammeln hoppala das ist noch ein sprengshop das sprengkopf vorsicht bombe koordinaten bestätigt suche mal im gange komm wo bist du da sprengkopf einsammeln volle kraft voraus koordinaten bestätigt wo sind unterwegs was die mission drei von neun im gange volle kraft voraus ist ja da drüben bestätigt also wir haben wir hatten zu wenig normales essen auch noch arbeiter unsere arbeiter sollen ja nicht hungern oder eigentlich schon ist es um die scheiße überhaupt nicht meckert wieder die ganze arbeitergesellschaft haben wir kümmern nicht uns nee auch nee ich will nicht Schauen wir noch schnell das an. Das Schiff ist aber nett. Ich hätte ja lieber so ein XXL-Schiff. So ein Brummer. Aber das ist wahrscheinlich schneller das hier. Ein Motorrad. LKW, Auto, Auto. Wie schaut eigentlich in der Stadt aus? Wow. Hier geht es vielleicht ab. Wow. Hier geht es vielleicht ab. Ja, holla. Also hier direkt vor mir sollte eine Bombe liegen. Da, hier haben wir noch eine. Hier haben wir eine. Also am Regen, an jedem Damm liegt glaube ich so eine Bombe. Ja. Oh Gott. Wie kann der vor uns sein? Können wir den abballern? Wir haben doch bestimmte Atombomben irgendwo rumliegen. Hier noch eine. Und hier muss noch eine rumliegen. Eine Bombe muss hier noch sein. Da seine. Bauen sie unter der Sicherheitsabteilung in Wahlburg. Achso. Ja, wir sind einfach viel zu schnell gewesen für die ganzen Aufgaben hier. So, ich würde mal sagen. Wir machen jetzt eine Mission. Eine Mission. Ach, das ist der falsche Knopf, ne? Escape ist der falsche Knopf. Hoppala. Dieser militärische Kram ist nicht ganz so. Ne, das brauche ich nicht. Bring unsere Schiffe da weg. Aber alle in einem Stück. Aber wir machen fortgeschritten. Ich weiß, was jetzt ist, weil bei Experte passiert ist. Das tut mir nicht so schnell nochmal an. Die Frage ist natürlich, wann haben wir gewonnen? Wann gilt das Spiel als gewonnen? Kampfstationen einnehmen. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. Holla. Noch so ein Battleship. Schöpfe an lauschen. Karberall greifen jedes Materialtransportschiff an, das hier durchkommt. Schick sie auf den Meeresgrund, bevor sie dasselbe mit unserer Materiallieferung machen. Was ich mich ja frag... Was ich mich ja frag... Wo kriegen die die ganzen Schiffe her? Feuer frei. Kampfstationen. Kampfstationen. Im Gange. Diesmal zerstören wir wieder ein bisschen mehr und machen damit auch mehr... Stoff wieder. Weil wir es brauchen können. Selbstreparatur. So. Diese Bilbo's... Die sind ja so erbärmlich. Hier, genau sowas brauchen wir. Solche Lager. Da kommen sie. Nein, 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 haust du ab. Das bist du für den Depp. Das bist du für den Volldepp. Hau ab. Verstanden. Verstanden. Starte. Nuklearraketen. 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 So, das Boos hier noch vernichten. So. So, vernichten. Guck mal, hier unten gibt es noch schöne Sachen. Und, bye bye, Boys. Auf den Knall. So, bye bye, Boys. Waffensysteme bereit. Was in deiner Mission? Ich fürchte, ich brauche jemanden, der ein schlechtes... Finden sie die drei verlorenen Container. Was? Sein Ernst? Ich hoffe, Sie wollten mir die Ergebnisse des Auftrags präsentieren, den ich Ihnen gegeben habe. Auf dich habe ich schon gewartet. Hast du kurz Zeit? Jo, die nehmen wir auch an. Ich fürchte, wir können diese Sache nicht ohne militärisches Eingriff. Ja, das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Also. Wir werden als erstes mal den Chief dann vernichten. Ich glaube, mehr als 99% kann ich gar nicht haben. Bye bye. Instandsetzung live. So. Koordinaten bestätigt. Bevor wir nach unten fahren, machen wir den der Umstände fertig, indem wir hier die Pumpen abschießen. Ziel bestätigt. Bevor wir nach unten fahren, gehen wir den der Umstände. Bereit für Einsatz. Boom. Einmal. Boom. Und wir vernichten alles, was wir finden hier. Der wollte, dass wir den EMP-Impuls schicken, ne? Liefern wir mal kurz bitte ab. Bitte kurz abliefern. Liefern. Der alte Nick wusste, dass du das erledigst. Ja, der alte... So. Koordinaten bestätigt. Hier ist noch eine Unterstützung, das ist nice. Im Gange. Schicken wir da doch mal ein Sperrpfeuer drauf. Ja, Rakete abgeholt. Verstanden. So. Hier drauf. Weil die Unterstützung ist, glaube ich, saumäßig gut für den Chief. Aber Leute, wie es hier in der kleinen Partie weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau. 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 Tschau.